Warum machst du das Fiete? Maut mir eben einen Capaci Dino. Das Problem ist, wenn Udo da ist, sind wir nur an Kaulen. Ich komme zu nix. Weil du nur an Kaulen bist. Ich lenke die Leute ab. Vor allem mich. Wollen wir jetzt einen Capaci Dino trinken? Ja, einen Capaci Dino. Wenn acht Minuten den Crosstrainer anguckt, Udo, dann kann man auch ihm gemeinsam einen Capaci Dino trinken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!